Jaaaaaaaaaaaaaaah Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aber kann euer Stuhl das? Kauft jetzt mal einen Stuhl, und schaut der Stuhlgang Stuhlgang, es ist Stuhlgä... Stuhlgä... Link in der Videobeschreibung, kauft jetzt mal einen Stuhl Wir spielen jetzt eine Runde, Revi sagt, ich erkläre ganz nochmal die Regeln für alle Anwesenden Revi fragt heißt das Ganze, Revi fragt Wenn ich mit ReviFragt eine Frage stelle und ihr die Frage mit Ja beantwortet, dann springt die einmal hoch. Wenn ihr Nein sagen möchtet, kniet ihr euch hin. Ist eure Antwort falsch, darf ich euch töten. Stelle ich allerdings eine Frage, ohne zu sagen ReviFragt, ist diese Frage quasi nicht gültig und ihr dürft gar nicht erst antworten. Das heißt, ihr bleibt genau in der Position stehen, in der ihr gerade seid. Meine lieben Freunde, ich möchte nur eins sagen, nutzt meinen Creator-Code ReviInside, denn das ist doch das Passwort für den Server. Ach Mensch, wunderschön. Kommt dann mal einfach hier auf den Server drauf, Leute. Mit dabei sind heute Gnu, Tobi und Laiki. Was geht? Ich kann mich nicht dücken, ich wollte Nein sagen. Du musst das machen. Oh nein, falsch. Oh Gott, Alter, ich bin heute aber auch verwirrt. Also heute hakt es aber. So geil, das Geräusch. Das macht mich auch extrem geil. Wir haben davor noch eine Folge bei Gnu aufgenommen, meine Freunde, die ist natürlich auch unten verlinkt und so. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Ist quasi mal was anderes, als Revi sagt. Diesmal ReviFragt und erstmal hier nochmal ein riesiges Shoutout an Gnu und ihre Community, die das hier wieder möglich machen. Denn mit meiner Community ist das absolut nicht vereinbar. Ja, das würde ich rausschneiden. Ne, das passt schon. Meine Community weiß selber. Wir haben das mal im Stream versucht mit 100 Leuten. Ja, aber im Stream ist aber auch... Ja, wir haben es versucht, fragt man ja. Aber wir sind noch nur 60 Leute. Das ist dann ganz entspannt für eine ReviFragt-Runde. Das ist ganz gut. Ähm, wie alt ist Revi? Ja oder nein? FALSCH! FALSCH! Bitte alle bei Big Ben landen und nirgendwo anders. An die ganzen Zombies, beziehungsweise die ganzen Mitspieler. An die Zombies. Andi, verstehst du? Hä? Also ich merke schon, mein Gehirn muss erst hochfahren. Manche habe ich das Gefühl, ich habe so zwei Gehirnhälfte. Eine, die ist so voll unlustig und eine, die ist ein bisschen schlau und hält mich zurück. Gerade ist dann wirklich nur die eine aktiv. Du hast nur eine und die ist dumm. So, ganz einfach. Boah, das nimmst du zurück, ja? Nö, du. Du hast mich auch dumm genannt mal. Wann? Bist du behindert? Dann bin ich genockt. Dicker, nee Tobi, das ist so dumm eigentlich. Zieh mich jetzt hoch, du Mitgestalt. Du kleiner W***er. Tobi, f*** dich doch ins Knie, du kleine Mitgestalt. Ich hasse dich. Du kleines Arschloch. Alle mal bitte in die Reihe. Revi sagt an der Stelle. Alle mal in die Reihe. Tobi, komm mal. Tobi, komm da weg, Alter. Okay. Ich will es dir nehmen. Revi fragt. Befinden wir uns gerade in Pleasant Park. Der eine kann ich auch wieder zu tanzen. Tja, es tut mir leid für ihn. Ich habe gesagt, nicht aufstehen. Ihr dürft es nicht. Es tut mir leid, Kuschelama. Okay. Revi fragt. Ist Askation hauptberuflich YouTuber? Boah, Dicker, woher sollen die das denn wissen? Weiß nicht mal ich. Eigentlich weiß ich das auch nicht. Tobi, du kannst mitmachen. Ich weiß selber nicht, was ich bin. Boah, der eine hat sich gerade ganz knapp noch geduckt. Aber okay. Einer hier auch von denen. Ja, ja, okay, 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 gut. Gnu, du darfst einmal. Hat Revi schon mal Askation beleidigt? Oh, Gnu, das ist jetzt so gemeint. Das sind so viele. Hey, warum? Du hast dich also. Hä? Ich muss aber fragt sagen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genügend Leute aussortiert. Ich glaube, das reicht an der Stelle erstmal. Ich hätte verloren. Ja, richtig, genau. Oh, guck mal, ich bin's ehrlich hier. Guck mal. Ja, warte, das hast du davon. Weg du. Ja, Mann. Mit dem Minigun so richtig krank. Okay, Ehrenmann. Revi fragt. Warum bist du kein Nosekin? Nee, nee, du darfst wohnen bleiben. Er hat nein gesagt. Also, falsch. Okay, nein. Revi fragt. Ist Gnu älter als 25? Oh, das ist... Okay, gut. Okay, okay. Alle, alle, alle. Revi fragt. Ist Fortnite Battle Royale 2018 erschienen? Es tut mir leid, Kollege, aber du musst leider gehen. Du bist leider... Es tut mir leid. Hey, aber... Nein, warte, 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 warte. Ach, Mann, ich wollte doch noch mit ihm reden. Okay, gut. Ich glaube, er fragt aber nochmal. Du kannst dich auch in die Reihe stellen. Nicht schlüpfen. Nee, ich schlüpfen. Nosekin! Er war kein Nosekin! Okay. Ist die komplette Fortnite Map... Tobi, weg da jetzt! Ist die komplette Fortnite Map momentan voller Schnee? Ach, Mann, Leute. Ich habe doch nicht fragt gesagt. Mann! Ja, hallo. Spaß. Leute, Leute, ihr müsst aufpassen. Wir haben hier hergemacht. Tobi! Tobi, möchtest du mal eine Frage stellen? Ja! Darf ich auch Fragen stellen, die Glück sind? Ja, ne? Du kannst eine Schätzfrage zum Beispiel machen. Ja, aber dann könnt ihr doch die Ja oder Nein sagen. Doch, du kannst ja... Ist es größer als zum Beispiel? Oder ist es mehr als? Okay, Leute. Hat Revi... Also, äh, Revi fragt natürlich, ne? Hat Revi über 2.700.000 Abonnenten? Die Antwort ist Nein. Alter. Boah, ich kann jetzt nicht so viele ausbrechen. Das waren ja nicht alle, ne? Ja. Nur so viel halt geht dann auch. Die drei... Tobi, warum sitzt du da? Okay, möchte die eine Person, die ich gerade eben noch gesehen habe, vortreten? Hey, genug, ich bin hier. Oh! Das ist so goldig, Mann. Ey! Revi, du triffst du... Die Zone kommt! Oh nein! Okay, einmal bitte aus der Zone raus. Okay, lass uns weiter in die Zone gehen. Wir gehen alle nach Salty Springs. Ich habe ein Jump Pad. Okay, bau das mal. Ja, warte, erst da vorne. Hier macht es keinen Sinn. Leute, alle hier, ich schieße in die Luft. Ich habe ein Jump Pad, wer mit mir mitreisen will. 5 Euro pro, ähm, äh, Ding. Nacht. Ne, nicht Nacht. Revi, wo fliegst du hin, wenn ich fahren darf? Doch, Salty. Fliegst hoch, aber nicht weit. Nein, Haupt28, warum? Oh, warte. Warum hast du die Landung von Wassers-Haupt? Yes. Wie sich alle anflirten hier. Leute, es ist noch kein Frühling. Wartet noch ein bisschen. Doch. Ist nicht. Guck doch, hier ist doch überall Schnee. Natürlich ist ja Frühling. Immer lieb haben, auch wenn es nicht Frühling ist. Doch, es ist so. Nee, Gnu. Knuspaaren sich im Frühling. Boah, das ist so eklig, ne, dass du sowas sagst, ey. Ja. Du mit dem Handwerker sprachvoll, ne? Revi sagt, wir treffen uns alle hier in Saltysprings unten bei der Tankestelle. Danke. Aber der Eskation ist empfängnisbereit, habe ich gehört, Gnullis. Ähm, das halte ich jetzt für ein Gerücht. Revi fragt, befinden wir uns gerade im Quadranten G6? Ähm, sehr gemein. Drei, zwei, eins, antworten. Leider nicht. Es ist genau zwischen G6 und G5. Das war extrem asozial. Muss ich auch einfach zugestehen. War echt eine gemeine Frage. Du bist echt asozial. Revi sagt, bitte alle nochmal hinstellen. Miau. Ist das da links neben euch ein LKW? Ich hoffe, es sich alle umdrehen. Ah, du hast geantwortet. Bleib stehen. 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 Revi fragt, findet ihr die Spritpreise momentan auch so hoch? Gut, 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 gut. Revi fragt, habe ich eine schöne Stimme? Oder hinsetzen. Hinsetzen. Danke, danke. Dankeschön. Okay. Revi fragt, ist mein Ballon blau? Ist das da vorne? Likey. Du bist aufgestoßen. Und du auch. Ja, ja, ja. Und du auch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich schieße dir den Kopf. Entschuldigung. Kann ich bitte einmal euer Lieblings-Emote sehen? Euer Lieblingstanz? Ah, ich habe mich redig fragt gesagt. Entschuldigung. Oh, gemein. Darf ich auch was fragen? Okay. Gnu ist dran. Gnu fragt, hat Revi unkontrollierte Aggressionen? Falsch! Traut euch, traut euch, traut euch, traut euch, traut euch. Lust, traut euch. Ja, genau. Sehr schön. Das musst du mal gesagt haben. Hey. Hey, hör auf. Falsch. Revi fragt, Tobi, was machst du da oben? Revi fragt, sind das hier mehr als fünf Burger, die ich jongliere? Es waren keine Burger! Es waren Tomaten! Wait a minute. Sind das hier mehr als... Ach so. Okay. Revi fragt, war das gerade Schere? Ich gucke. Ihr müsst auch antworten, Mann. Was geht? Revi sagt, kommt mal bitte kurz mit, das kann so nicht weitergehen. Tobi, du darfst eine Frage stellen. Okay. Die Frage lautet, hat Revi, oder war Revi von Anfang an in Craft Attack, also in allen Staffeln dabei? Drei, zwei, eins, und an Render stirbt. Wer nicht antwortet, muss ich leider an Render umbringen. Ich habe nicht Revi fragt gesagt. Ach so. Okay. Das war auf meiner Taktik, also. Okay, dann weiß ich, wer es gewesen ist. Oh nein. Okay, hebt sie bitte wieder auf. Es tut mir leid, sie hat den Namen Blumenmädchen, ich kann das nicht. Ja, okay. Gut. Revi fragt. Ist das hier in meiner Hand eine Minigun? Drei, zwei, eins. Okay. Du hast leider zu lange gebraucht, Kollege. Es tut mir leid. Blumenmädchen ist nicht aufgestanden. Ich weiß, ich war nur ok. Revi fragt. Gibt es hier gerade in dieser Runde, also wenn wir alle No-Skins zusammenfassen, vier oder mehr unterschiedliche Skins? Das kann man gar nicht mit Ja und Nein beantworten. Moment. Revi fragt. Gibt es hier mehr als vier unterschiedliche Skins? In dieser Runde gerade. Es sind drei. Es sind leider drei. Blumenmädchen, jetzt reicht es aber, Blumenmädchen. Jetzt reicht es wirklich. Okay. Die letzten vier. Ihr seid im... Dö, 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 dö. Finale! Es ist doch Viertelfinale, also es sind ja vier Leute. Okay. Hat jeder einen Ballon? Dann kriegt ihr alle einen Ballon. Nehmt euch alle einen Ballon, bitte. Der eine hat verloren. Revi fragt. Also das jetzt... Ne, die, die. Revi fragt. Haben alle Ballons gerade die gleiche Farbe hier in dieser Runde? Stark, stark. Okay. Revi sagt, bitte einmal mitkommen. Das ist sehr... Es geht hier wirklich jetzt ins Finale hinein. Ja, es geht jetzt hier gerade wirklich um die heißen Breiwurst. Würdest du gerne Breiwurst essen, Tobi? Ne, also ich weiß auch nicht, was es ist. Einmal stehen bleiben bitte alle. Wir bauen euch jetzt eine Bühne, denn ihr seid die letzten drei, okay? Ihr habt quasi jetzt schon das Podium bestiegen. Geht bitte einmal auf die Bühne hier vorne drauf. Revi fragt. Ist das hier der Hype, Hans? Er hat sich nicht gesehen, glaube ich. Nicht geantwortet? Nicht geantwortet. Du hast geantwortet. Du hast gewonnen, Kollege. Du hast gewonnen. Ich gebe dir jetzt eine Waffe und dann darfst du uns alle umbringen. Das ist doch dein großer Traum. Hier, nimm dir die Waffe. Bring uns alle um. Fang mit mir an. Fang mit mir an. Los, schieß mir in den Kopf. Schieß mir in den Kopf. Schieß mir in den Kopf. Ich weiß es nicht. Guck mal, ist es zu schweißig ab? Los. Los, sonst schieß ich dich um. Los. Los. Ja, bringen sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Ja. Komm, ich will sehen. Robin, hol sie die alle. Tobi. Schieß mich nicht. Tobi. Tobi. Ich baue gegen den Achtung. Hier schießt einer. Bande. Digga, der schießt hier. Tobi, bitte. Vor allem, er schießt extra noch vorsichtig. Ich weiß gar nicht, dass ich nicht schieße. Schnell, Robin. Robin, wach. Robin. Tobi. Ich heim mich. Jetzt sind doch die Arschrecken. Tobi, bitte. Okay, du kannst. Warten, was kommt machen. Tobi. Okay, jetzt komm mal. Und jetzt einmal like hier noch. RobinXX1208. Du hast damit gewonnen. Das war es von dieser wunderschönen Runde von Revi Frag mit 60 Leuten. Erstmal Standard-Tanzer was gedroppt. Absolut stabil, Leute. Wenn ihr mehr von Revi Frag sehen wollt, vielleicht noch mit 100 oder mehr Leuten. Also, 100 ist ja das Maximum. Aber wenn ihr mehr Leute dabei haben wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schaut bei Gnu vorbei, bei Tobi. Bei Likey, bei Liray. Vielen Dank an diese wunderschöne Community von Gnu. Joint mal in Discord. Von Instagram. Ihr kennt es doch alles. Da sage ich hier nur zu meinem Creator-Code. Auf Wiedersehen. Tschüss.